Du bist eine große Scheiße, ja? Du bist eine große Scheiße, ja? Du bist eine große Scheiße, ja. Was? Was? Halt die Fresse, halt die Fresse, du! Oh, Scheiße. Scheiße. Scheiße, ja, Scheiße. Du bist eine große Scheiße, ja? Jawohl, jawohl. Ja, du bist nur... Du bist Deutsche. Du bist nur... Deutsche, huh? Dann mal auf sein. Du bist eine Ohrensohne. Ja, ja, ja. Ja, du fluchst! Mit den drei besten Killstreaks, meiner Meinung nach, habe ich noch ein Nuke-Gameplay gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sich das anzugucken. Außerdem sind die Killstreaks nicht danach sortiert, welche ihr zusammenspielen solltet. Das sind einfach meine neun besten Killstreaks gerankt nacheinander. Und ihr könntet zum Beispiel jetzt die Beste und die Zweitbeste zusammen mit der Fünftbesten spielen. Das macht dann auch keinen so extrem großen Unterschied, wie wenn ihr jetzt die Erstbeste mit der Zweitbesten und der Drittbesten zusammenzockt. Also ihr könnt ein paar Streaks immer hin und her switchen. Dann will ich nicht weiter groß rumquatschen. Schaut euch das Video einfach an. Also Platz 9, 8 und 7 war auf jeden Fall echt schwer, sich zu entscheiden. Ich habe mir gedacht, auf Platz 9 packe ich einfach mal den Marsch-Flug-Körper. Weil, naja, ihr setzt ihn einmal kurz ein und dann sind halt die Kills gemacht worden. Ihr kriegt damit fast immer mindestens einen Double-Kill, wenn nicht sogar einen Triple-Kill. Also das sind verdammt easy Kills. Das ist erst bei 3500 Punkten angesiedelt. Und, ja, es spricht einfach für sich. Ihr seht es dann gleich im Gameplay. Das Ding macht eigentlich easy immer drei Kills. Auf Platz 8 habe ich den Todbringer. Ganz einfach, das Ding ist echt verdammt stark. Ihr könnt damit gut Gegner auf Entfernung vor allem auch shredden. Aber das Problem ist, falls ein Gegner unerwartet um eine Ecke kommt, dann dauert es ein wenig lange meiner Meinung nach zu schießen. Und ihr könnt dann easy mal sterben. Auf Platz 7 habe ich dann den VTOL-Jet. Der ist ganz einfach, weil er echt viel kostet. Aber dafür halt, ja, er macht gut Kills. Aber, ja, das wäre es halt bloß Platz 7, weil es trotzdem echt viele Punkte sind dafür, was ihr bekommt. Schönen Callouten. Oh, shit. Fuckin' hell. Oh! Don't we zip. Oh, see. Shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, der Todbringer. Bro, nein. Nein. Oh, mein Gott, geht nicht so weit. Äh. Ja, äh. Ja, genau. Alter, die haben keinen Spawnschutz mehr, oder was? Nee. Hä? Nee, die haben Spawnschutz. Die haben Spawnschutz. Alter. Hä? Hä? Ja. So, die nächsten Scorestreaks, die ich euch rausgesucht habe, sind auf Platz 6 die Panzerung, auf Platz 5 die Drohne und auf Platz 4 die Kontodrohne, ganz einfach die Panzerung, 1600 Punkte, 120 Sekunden Abklingzeit ist schon eher etwas höher, aber ihr habt halt einmal mehr Leben, sobald die weggeschossen sind, war es das dann halt, aber die Panzerung hat mir trotzdem schon das ein oder andere Mal meine Eier gerettet, also ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr eine Nuke machen wollt oder vielleicht einfach mal so ein paar mehr Kills machen wollt und nicht wisst, was ihr sonst noch rennt. Dann auf Platz 5 die Drohne, ganz einfach, weil die Drohne ist halt so ein Staple, so eine Staple Scorestreak, die ich schon immer gab, ihr seht halt auf der Map für eine Minute lang die gegnerischen Punkte, falls die Gegner keinen Geist haben oder Geist haben und sich nicht bewegen, die Abklingzeit ist 90 Sekunden, ganz standardmäßig, aber die Drohne ist auf jeden Fall sehr einfach zu erspielen und hilft euch auch dabei die folgenden Scorestreaks zu erspielen. Auf Platz 4 habe ich die Konterdrohne, ganz einfach, weil die Konterdrohne ist echt extrem nervig für die Gegner, wenn ihr sie raushaut. Die Gegner können einen Harp haben, sie können eine Drohne haben, das bringt ihnen alles nichts, weil ihr einfach das Radar blockiert. Ich habe genau aus diesem Grund, weil es so viele Leute spielen, auch immer eine Luftpatrouille dabei, die ich einsetze, falls die Gegner eine Konterdrohne benutzen. Ja, jetzt genießt das Gameplay. Leute, die sind so Lust, die sind so maximal Lust. Leute, die sind so wichtig. Welpen... Welpen... Awww come. mann mann ja fuck it so jetzt sind wir bei meinen absoluten lieblings scorestreaks angekommen das wäre einmal für 2400 punkte die luftpatrouille die drei streaks spiele ich auch immer so wie sie gerade sind zusammen ihr könnt train theoretisch die luftpatrouille gegen eine drohne konterdrohne panzer umtauschen manchmal habe ich auch einen todbringer gespielt wie tolljet spiele ich persönlich nicht so oft weil ich eher mehr auf nukes gehe aber die luftpatrouille habe ich immer dabei falls ihr gegner einen harp hat falls ihr gegner eine konterdrohne hat falls ich kein geist habe und die haben eine drohne setze ich die ein und alles was am himmel ist wird sofort zerstört nicht sofort aber mit fünf bis zehn sekunden verzögerung dann die kriegsmaschine absolut geile killstreak ich kann es euch nur ans herz legen diese waffe zusammen mit dem harp was meiner meinung nach die allerbeste killstreak ist weil ihr für eine minute lang alle gegner auf der map seht egal ob sie geist haben der harp zeigt euch live die gegner an in welche richtung sie gucken ihr könnt alles predikten ihr könnt die gegner um die ecken und dann kombiniert mit der kriegsmaschine boah das ist so eine göttliche kombi ihr könnt die gegner so krass um die ecke holen guckt euch auf jeden fall das gameplay an das war eine news war extrem geil so schlecht alle so schlecht ich mach mal kurz weg ok ok Okay 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 Ach du Scheiße Nee Das kann doch nicht sein Haft zerstört wegen Luftpatrouille Oh nee 17er Ah fuck 20er Die sind schlecht Die sind richtig schlecht 23 Und nicht snipen Du snipst mich nicht Bro Oh mein Gott 27 Oh nee Oh die Flirt ist Der Russian Susanne die Spawns Nee 1 vor Jawoll Schön Schön Ja und dann werde ich gesniped Scheißegal aber Luftpatrouille direkt wieder Ist doch lächerlich Ich hoffe das Video konnte euch helfen Ich weiß ich habe die Luftpatrouille jetzt in dem letzten Clip nicht eingesetzt Dafür hat der Team jetzt sie eingesetzt wo ich sie gerade benutzen wollte Und die Gegner haben zweimal meinen Harp mit der Luftpatrouille zerstört Also ich hoffe ihr könntet sehen was ich damit meinte Wie dem auch sei ich hoffe euch hat das Video gefallen Checkt auf jeden Fall noch meine Besserwerden Playlist ab Die habe ich hier oben verlinkt Dann würde ich sagen gebt dem Video doch einen Daumen nach oben Oder abonniert mich Ich bin XerDeutsche Bis zum nächsten Mal Leute Ciao Ciao Ciao